AALLOE! Herzlich Willkommen bei Prost! Ich komme zurück zu Five Nights and Berries! Wir sind jetzt mittlerweile bei Nacht 5 angekommen, Freunde. Und ich denke mal, jetzt wird es ziemlich... ...stressig? Nee, kann nicht sein. Weil es war ja schon in den anderen Nächten ziemlich, ziemlich... ...heavy, würde ich jetzt sagen. Oje, mir graust schon davor. Noch einen Schluck aus der Pulle nehmen. Wo ist denn mein Humi? Den seh ich ja nur noch... Moment. Muss ich ja umdenken, hier. Nein, hier, hier, hier. Seh du noch einen kleinen Kopf? Einen kleinen Kopf da hinten irgendwo. Ich hab mal hinten hingefrachtet. Er soll mir ja Glück bringen, mein Humer. Der Humer Simpson! Oh! Ohhhhhhhhhh! Kamera airing? Restarting? What?! Okay, so your paycheck will be sent to you on your promotion night, which is your sixth night. So go for that. And let's hope you can make it, cause... I don't know what about this night. The whole thing is crazy, but... I got nothing to do, but I can just rest because I got all the paperwork done. And you should be fine, though. Just check cameras and... And you should be fine. What? Das find ich jetzt unfair mit dem Restarting. Das ist ja mal... Heavy. What the hell?! Ich lass jetzt einfach mal meine Fresse da oben links. Ich mach's jetzt nicht wieder nach rechts, hab's wieder vergessen. Ich beobachte nur die Lüftung, weil wenn hier keiner rauskommt, dann ist er oben. Aber ich muss die Lüftung im Auge behalten, Leute. Aber dann kann ich ja wenigstens hier zwischendurch quieken. Was? Wir haben ja zwei Uhr. Wollte ich nicht einmal die Uhrzeit sagen. Ist auf jeden Fall jemand in der Lüftung. Hört ihrs? Hört ihrs? Das geht noch? Das geht nicht. 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 Oh, 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 oh! Ja, danke. Das ist abgedreht, oder? Ich sag ja, ich bin nicht der Psycho Horror, das ist... Verstörend, einfach nur verstörend. Genial. Das da unten reagiert einfach bei meinem Laptop zu langsam. Das ist kein Problem, wisst ihr? Ich höre. Er hier, wenn, wenn, wenn zwei kommen. Ja, ich höre. Okay. Normalerweise müsste ich den ja jetzt weggemacht haben, oder? Aber habt ihr gesehen? Unten rechts, in der Lüftung. Yes, come on, baby blue. Er hat mich voll in der Bann gezogen, wie man so schön sagt, nee. Zieh dich eben ein. Ich muss die Lüftung im Auge behalten. Nur rechts die Lüftung. Dieser Foxy-Verschnitt hier für Arme. Ich weiß es ja nicht, wie sie alle heißen hier. Barry, Larry, Jerry, Adam, Paul. War unten einer der Lüftung? Ich weiß es nicht. War jetzt hier einer? Oh, ich weiß es nicht. Rebooting. Danke. Links war auf jeden Fall der Barry. Okay. Wenn jetzt wieder dieses krasse Teil hier kommt, dann kriege ich die Krise hier. Dieses... Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? So. Ich probier's nochmal. Ich probier's nochmal. I can do that. 2 2 Loic ones Cadillac 3 1 2 3 Um Ich glaub' ich das je nachdem, wo ich überlege. Ich probier's jetzt noch einmal und dann... Oh, oh, jetzt kommt das von mir wieder. Ah, der Anderbteil. Die Zeiten, wo sich der Trammer rebooted, werden halt auch immer länger, ne? Die Intervalle. Eeeh, eeeh. Ja, was? Der Sound von El... Es ist... Disgusting. Wollen wir kurz huschen. Und wenn beide gleichzeitig kommen, von links und von unten, dann... Tja, das ist... Das ist ja nur was für Profis. Bin ich ja keiner, ne? Aber wir sind immerhin bis zur Nacht 5 gekommen. Schon mal ein Erfolg, ne? Mehr als ich gedacht hatte. Aber man hat mich ja schon auf meinem Kanälechen gelobt in den Kommentaren, dass ich schon immer besser werde. Ich geb' mir ja Mühe, ne? Und irgendwann sollte man ja besser werden. Es liegt halt immer an dem Spiel. Oh, ich hab grad'n Krampf in der Hand. Oh, ich hab'n Krampf! Oh, ich hab'n Krampf in der Hand! Oh, ich hab'n Krampf in der Hand! Meine Hand ist gebrochen! Oh, Jesus Christ! Aber immerhin haben wir schon eine Weile überlebt. Schon mal Erfolg, ne? Oh, ich hab'n Krampf in der Hand. Please, no! No, no! Rechts kommt keiner. Mal kurz reparieren. Das war wahrscheinlich zu langsam. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Nee! Oh! Halt die Fresse! Komm doch! Komm doch! Was kommt denn da? Oh, Jesus! Come on! Wieso drück ich auf Repair? Ich depp! Jetzt ehrlich macht's fast geschafft, Leute. Ja, Freunde, ich würd' sagen... Ich belass' es jetzt mal dabei, oder? Ach komm, einmal probier... Ja, das geht von der Zeit her, nein. Wenn ihr wollt, dass ich's nochmal probiere, diese 8.5, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten lass' ich's jetzt mal. Gibt ja noch andere Spiele, die man spielen kann. Ich hab's immerhin bis zu 8.5 geschafft. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet werdet auf meinem Rossi-Kanal. Lasst mir doch gerne ein Like, ein Dörbchen nach oben da, da freut sich der Rossi. Schreibt mir was schönes in die Kommentare. Ja, war schön mit euch und mit Barry, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ziemlich abgedrehtes, abgefahrene Spiel. Spielt selber, wir haben ja alles in der Videobeschreibung, steht da Download-Link, hab ich bei Gameyold. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, genießt das Leben, enjoy your life und habt Spaß mit den anderen Verhauten. Und nicht bis dann, ich sag tschö mit den E-Und-Finger-Dinger-Rorenz, euer rostiger Rentner, dem die Stimme jetzt versagt. Tschaui, goodbye, goodnight. Tschaui.